Das Eisenbahnbundesamt ruft alle BürgerInnen auf, aktiv am Lärmaktionsplan mitzubürgen. Bis zum 24. April 2023 können sich BürgerInnen zu möglichen Lärmproblemen äußern. Hierfür hat das Eisenbahnbundesamt die Internetseite www.lärmaktionsplanung-schiene.de freigeschaltet. In einem Medienbereich finden sich auch Flyer und eine Broschüre mit weiteren Informationen. Bis zum 24. April 2023 können die BürgerInnen über eine interaktive Karte einen Ort angeben, an dem sie sich durch Schienenverkehrslärm gestört fühlen. Zu jedem benannten Ort kann man dann verschiedene Aussagen zur Lärmsituation treffen. Ende des Jahres 2023 können BürgerInnen den Entwurf des Lärmaktionsplanes bewerten und eine Rückmeldung zum Verfahren geben. Interessierte können für weitere Informationen einen Newsletter abonnieren. Wer Fragen hat, kann sich an das Eisenbahnbundesamt per E-Mail wenden.